Hallo Leute, ich komme zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und heute wird tatsächlich den London Heist abgeschlossen. Wir haben mittlerweile das Tutorial durch, die Story mehrfach durch. Das ist also einmal komplett in Merck kapite durch. Und bei Mickey Schießt schon die ersten zwei durch. Jetzt gibt es noch Schuss im Dunkeln und Dosen im Eimer. Die ist so ein Gespenst, ich auch nö. Äh, ja. Wir müssen die zwei noch abschließen. Ich habe gesagt, wenn wir was machen, dann machen wir alles. Und Mickey Schießt schon hatte ich erst komplett vergessen. Und schreibt mir unbedingt Spiele in die Kommentare, was ich spielen kann. Denn ich wusste tatsächlich nicht, wenn Mickey Schießt schon jetzt erstmal eingefallen. Ich wusste wirklich nicht. Hä? Ich wusste nicht, weil ich aufnehmen soll, weil ich hab nichts mehr. Oh Gott. Hehehe. Weil... Bis auf Mickey Schießt schon. Und habe ich nichts mehr. Also klar, ich hab noch Astro-Bot, aber ich wollte es nicht mein Ganzen. Kann ein Nords-V-R machen. Aber ich weiß, dass ich nicht was spielen soll. Und ich weiß nicht, dass es sich noch lohnt. Es lohnt, mit FIFA anzufangen, mit FIFA 20, weil... FIFA 21 kommt ja bald. Hä? So. Ich weiß nicht, dass ich nicht was kommen soll. Also sagt mal, schreib gerne mal unten rein. Oh Gott. Oh, ich hasse die Dinger. Rote Dinger bringen ja Extrapunkte. Wir brauchen ja wieder was zum Zocken. Und wie Actions will ich mich bringen. Oder allgemein so... Tierlist-Kram. Vielleicht packe ich euch auch eine Infobox rein. Und da hab ich schon gemacht, wo ihr mal abstimmen konntet. Was? Oh, wir sind fertig, okay. Wieder unser Spiel. Nein, ich musste nacheben. Okay, das war's mit Dunkeldings. Mal wieder irgendwelche Namen. Okay, ich schießt, dann wählen. Dosen-Eimer. Der letzte. Dann haben wir VR-Bowels fast durch. Also, wir werden noch Dinge spielen, wie dieses Weltraumspiel. Das gibt's aber nur on-stream. Das ist ein on-stream-Projekt. Ich denke mal, dass... ...wenn ich die Tagestream, weil ich kann jetzt endlich wieder streamen. Das geht jetzt wieder. Okay. Äh. Was sollen wir genau machen? Ah, das ist da rein, achso. Oh, okay, das ist... Nein, daneben. Boah, das ist... ...das ist voll schwer. Also, verwirrend. Nein, das war falsch. Nein, das war falsch. Oh Gott, bin ich schlecht. Oh Gott. Das ist aber auch sauschwer. Okay. 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 Zack. Nein, da sind sie hängen geblieben. Nein! 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 Physik ist auch nicht so das wahre. Man merkt es. Du gehst noch rein. Du gehst noch rein. Du gehst noch rein. Du gehst noch rein. Ein, aber noch. Oh nein, 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 nein. So, unfair. Oh. Tschüssing. Kann wir machen heute nochmal, damit die Folge nicht zu kurz ist. Wir machen nochmal den geistlichen Stand der Demian. Besten gescheinert. Also, wir haben auch immer und streamen die, ähm, anzen, an die ganzen anderen Endings ausprobiert. Okay. Haben wir auch gemacht. Äh, war nice. Okay, los geht's. Wir haben aber noch nicht 100 Prozent abgeschlossen. Okay, komm, nochmal zwei Minuten rumballern. Yeah! Okay, okay. Ich kenne euch. Zack. 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 Okay. Der하지. Oha. Getroben. Naja. 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 Ihr müsst euch nicht nur Games vorschlagen. Ihr könnt auch gerne als solche Videoideen vorschlagen. Zum Beispiel Challenges oder so. Ich bin was sowas angeht ziemlich und kreativ. Zack, zack, zack. Dass wir den Reifen samm reizen. Zack. Nein. Nein, daneben. So, das war's. Wir haben's geschafft, soweit zumindest was die Videos angeht. Zum vielleicht, also es werden noch Stream Best ofs kommen höchwahrscheinlich. Aber sonst haben wir es soweit geschafft. Also wir haben, wie gesagt, jetzt alles gesehen, außer ein paar Secrets, aber wir sind teilweise mit Controller nicht so zu erreichen. The Loner heißt, haben wir alles durch. Gut, die Tröße trotzdem noch nicht Gold. Aber jetzt Silber. Also wir haben jetzt 60 Prozent. VR Lodge haben wir 4 Prozent. Das haben wir auch schon On-Stream gespielt. Aber noch lange nicht alles. Das müssen wir auch noch machen. Scavengers Odyssey haben wir 9 Prozent. Haben wir auch ein bisschen gemacht. Ähm. Ocean Dissent haben wir 100 Prozent. Danger Boy. Oh, Danger Boy haben wir noch gar nicht gespielt. Ja, und das war's. Ich hoffe, euch hat dieses Videoprojekt gefallen. Ähm. Ab jetzt nur noch Stream Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Oder beim nächsten Stream. Und ja. Tschüss.